Vor lauter Konzentration zu spät eingestiegen, den Pisser habe ich jetzt umgenietet. Und jetzt tanken wir erstmal Muni auf. So. Immer weiter, auch wenn es euch alle das Leben kostet. Schaut mal bei Ihnen vorbei. Bedankt euch. Ah. Was meinst du, ihr Wichser? Das weiß nicht. Wir hören ihn, seit wir durch die Sturmbahn kamen. Wieso? Wenn wir die Stadt nicht gleich evakuieren, verdursten hier alle. Ich denke, mit seinem Sender könnten wir das bekannt machen. Wir müssen nur herausfinden, von wo er sendet. Yo. Das sagst du was. Schau mal, Muni haben wir alles eingesammelt. Jetzt müssen wir dahinter. Ah, und wir runterrutschen auf der Seilrutsche. Scheiße, Falkkontakt. Wo sind die? Über dir. Schnell, wir sind schwer unter Beschuss. Weg. Halte durch, ich bin dran. Wo du mal, Muni? Scheiße, die sind ja da. Okay. Ich hab gedacht, ich muss erst mal raufrennen. Ich hab da gar nicht dran gedacht, dass nur noch Gegner sein könnten. Naja, Schied drauf. Nochmal. War ja nur kurze Range. Na, laut heute mal. So, was hab ich denn für... Okay. Ist nachgeladen. Und runter. So, was hab ich denn da? Tschüss, Falkkontakt. Wo sind die? Über dir. Schnell, wir sind schwer unter Beschuss. Haltet los, ich bin dran. Wieder einer. Du musst nachladen. Hä? Nur die Ruhe, Marty. Ich würde auf der Position bleiben. Das wissen die anderen doch gleich, wo du bist. Ich meine... Das war doch klasse. Das willst du doch nicht. Das ist ja, da bist du auch noch nicht. Hättest du nicht von mir gedacht, was? Jo, jetzt legt's langsam das. Das ist immer heißer. Ah, mein Gott. Wieder einer. Die Headshot Queen ist unterwegs. Luba hat's erwischt. Bring ihn auf die Beine. Geht nicht. Steh unter Feuer. Verdammter Mist. Lugo, lebst du noch? Lugo! Ich blute. Ich... Du kannst, Adams. Okay. Ich stelle ihn auf die Füße. Danke, Mann. Ich glaube, das waren alle. Kein Problem. Da kommen noch mehr. Verflucht! Wann hört das endlich auf? Och, ihr Jungs geht mir richtig ans Herz. Aber es geschieht euch recht, ihr Hunde. Da kommt schon hoch. Ich lade da! Warte, dann gehen wir hier mal zur Gatling. Wir werden hier überrannt, Walker. Wie wär's mit dem Plan, verdammt? Ihr müsst in die oberste Etage. Wir nutzen die Seilrutsche, um zu fällen. Ich gebe euch Deckung. Los jetzt! Da geht's nicht rüber. Wir sitzen fest. Das geht schon. Walker, mach runter uns kürt, Schiff. Wir seien uns ab. Und wer fliegen, verdammt! Brennbewegung! Reiner kommt aus der Deckung! Jetzt! Master of Disaster! Halt, du said it! Ah, Mann, hey. Ja, jetzt kacke ich langsam richtig ab, Mann. So. Also, gut, jetzt müssen wir... Da kommen noch mehr! Verflucht! Wann hört das endlich auf? Ach, ihr Jungs gebt mir richtig ans Herz. Aber es geschieht euch recht, ihr Hunde. Wir werden hier überrannt, Volker. Wie wär's mit dem Plan, verdammt? Ihr müsst in die oberste Outrage. Wir nutzen die Seilen, um so zu fählen. Ich geb euch Deckung. Los, Rücken! Da geht's nicht über. Wir sind zufrieden. Das geht schon. Volker, verrund uns klar, Schiff. Wir seien uns ab. Halt, bewegt sich. Vorsicht, wo kommt das in Wirkung? Halt, gecheltet! Ich sitze fest! Erledige diese Wechsel! Halt! K-Pro, kommt aus dem Wirkung! Falt, Bewegung! Tango erledigt! Halt sie mir vorbleibend, muss man mitladen! So, was sind die Wichser noch? Das sind meine Jungs. Das ist unsere Chance! Los! Was ist da noch wer? Trotflinder vorab! Er rät sich was! Er ist ungeschützt! Wieder eine weniger! Ja, Wahnsinn! Wo kommen die Wichser alle her? R.P.G. Was ist das, was sind die? Ich kriege mich jetzt bei dir! Worker, Worker, K-D.R.P.G. Köpfe, andere Seite! Schon unterwegs! Hilf uns! Sie kommen hinter uns! Verdammt, Worker! Halt uns! Die Kerne vom Leuchten! Es ist schwerer Truppe! Schwerer Truppe! Aufkommt, aufschau! Freilung! Achtet auf die Schwindfette! Achter, Schwerer! Halt, bewegt sich! Vorsicht! Wir bleiben hinten, verdammt! Wir brauchen das, um sie zu sprengen! Vielleicht eins von den RPGs? Das sollte funktionieren! Worker! Gibt mir den Feuerschutz! Mein Schwerer, los halt! Lade nach! R.P.G. R.P.G. Halt uns vom Leich! Hint vor! Binder halt! Vorsicht! Wir müssen hier raus! Hint nicht, Tür ist blockiert! R.P.G. Mach uns den Ausgang! Spann die Tür! Wir werfen gerade auf! Verschließt die Tür! Los! Wir können vorwärts! A-Stand ist klar, und wird drüber raus. Scheiße, die sind im Wald! Nicht! Tritt runter, Feuer! Habt das, Alter! Mauter, ihr seid nur ohne Deckung! Habt das, Rein! So, sehr schön. RPG, Vorsicht! Mann, die verreiste, muss ich nicht. Weg uns! Pass auf, die Schmutzländer auf! Wir haben Bewegung, Vorsicht! Wieder eine Eliger! Leg den Trottel auf! Scheiße! Feind erledigt! Na endlich, hey, Wahnsinn! Drücke vor! Schmutzländer auf dem Dach! Erledige ihn! Wieder eine Eliger! Hört sich was! Zielgerade, Lugo! Los! Noch mehr Gegner auf dem Dach! Schrotflinte im Anrollen! Ja, Wahnsinn! Wo ist es denn da? Ich rutsch rüber! Ich auch! Zurück! Ey, Wahnsinn, ey! Das ist ein Spektakel hier! Bist du okay? Ja, ja! Nur keine Sorge! Was ist mit euch? Ja, gut! Ja, Jungs! Gott sei Dank seid ihr wieder da! Kommt von hinter der Tür! Reit! Los! Los! Nie Waffe weg! Wirtsbein! Los! Nicht schießen! Ich ergebe mich! Aha! Was ist hier los? Da will einer nicht mehr Soldat spielen! Wie ist ihr Name? Staff Sergeant Josh Forbes Dienstnummer 658 Sie sind kein Kriegsgefangener Was mich betrifft Noch nicht mal Soldat Sie können nicht Ich kann machen, was ich will Also Das Arschloch im Radio Von wo sendet dieser Mann? Vergesst es! Der wird beschützt Den kriegt er nie Unser Problem Nicht ihres Von da Oben im Trans-Emirates-Building Im höchsten Gebäude, oder? Lugo Wenn wir es da hinschaffen Kannst du den Sender bedienen? Eine Massen-Evakuierung? Sofort! Wird nichts zu evakuieren geben Wie bitte? Denken Sie nach, Captain Wir sind hier in der Wüste Was glauben Sie, wie lange die Leute ohne Wasser überleben? Mein Gott! Der Colonel wollte einzig und allein Menschenleben retten Denkt immer da Machen wir, wenn er uns mal wieder killen will Dabei geht die Zeit aus, Gentleman Los geht's So Und da lädt da und lädt da Der kümmert sich um den DJ Was meinst du damit? Der hat keinen Nachfolger Wir klauen ihm sein Mikro Drei wie wir gegen den Fettarsch mit dem iPod Das macht mir keine Angst Man muss mit allem rechnen, Adams Anpassen und gewinnen, Mann Hey Alles, was nötig ist Wohin jetzt, Lugo? Nach Norden Kapitel 12 Die Dächer Lüfte der direkte Weg sein Klingt gut Ich check nur noch mal hier die Lage Ich denke hier Oh, ein Gläser an der Pulver das mal Auch nicht schlecht hier Schick, schick Klingt nach Scharfschütze Ziemlich nah dem Sound nach Seid vorsichtig Was gibt's? Schon wieder Unruh Die scheiß Zivilisten drehen durch Genau wie beim allerersten Sprung Alles für die Katz Wir bauen alles wieder auf Wozu denn? Wird ja keiner mehr übrig sein Mann, bist du scheiße drauf heute Ich brauche eine Zigarette Hat Crosby heute Dienst? Wir haben uns noch nicht entdeckt Schalldämpfer? Sagt dem Arsch Ich will sofort meine Fluss haben Son Shepherds Wenn's dich beruhigt Kein Thema Los, kommt der Scharfschütze Auf den Vorsprung Okay Komm, nicht hin oben Ich weiß nämlich nicht mehr Wie ich den Schalldämpfer installiere Sauber Adams Schön gelöst Räumt den Raum, aber macht leise Null Probleme Ja, flotte Geschichte Gucken wir mal hier raus So, ist nix Okay, ja Scharfschützen Ein paar Granaten Eine schöne Womme Wow Jo, dann würde ich sagen Machen wir das nächste Mal hier weiter Ich wünsche euch was Räumt da so Verteidig